Merl war zu seiner Überraschung von den Kindern gerettet worden, die er zuvor verfolgt hatte. Er war berührt und all sein durch Trauer genährter Hass auf die besonderen Kinder und sein Schmerz darüber, dass er sich nie von ihnen hatte inspirieren lassen, schmolzen dahin. Als er sich beim Schaulin bedanken wollte, hörten sie plötzlich die Trommeln der kaiserlichen Kaltblüter. Und tatsächlich erschien der Kaiser mit seiner Gemahlin. Der Kaiser Der Kaiser sprach Geehrte Menschen aller Völker, unser Kaiserreich ist groß, mächtig und hat alles, was das Volk braucht. Doch haben wir uns geirrt. Wir haben uns von Angst leiten lassen, sind zu strengen Regeln gefolgt und haben diese als Tradition über alles gestellt. Dabei haben wir die vergessen, die am wichtigsten für eine Gesellschaft sind. Unsere Kinder mögen alle Kinder uns verzeihen. Sie sollen frei ihre Talente leben und ihre Ideen verwirklichen können. Ungeachtet unserer Ängste und auch wenn wir sie nicht verstehen. Von nun an gilt die ganze Welt als das Land der tausend Träume. Ja! 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 Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie waren ein Wunder eines Begekommens und wir würden uns freuen, Sie auch im nächsten Jahr wieder bei unserer neuen Show, Havaluna Rack Moments, begrüßen zu dürfen. Und nicht vergessen, in den nächsten vier Wochen erhalten Sie unseren exklusiven Frühbuch Rabatt.